Hallo, ich bin Ludwig und Schauspieler beim Theater Eukitea. Das Thema Frieden liegt mir und dem ganzen Team vom Theater Eukitea sehr am Herzen. Und für Frieden, da brauchst du manchmal das Gefühl von Sicherheit. Und du brauchst Behutsamkeit. Behutsamkeit ist eine super starke Friedenskraft. Und die nächste Karte aus Govindas magischem Friedensalphabet. Sicherlich kennst du das auch manchmal, oder? Naja, überall ist Hektik, Stress und Trubel. Doch schau mal hier. Das ist Emil. Und Emil ist ein Meister der Behutsamkeit. Sanft beschützend, zart berührend und geborgenheitgebend. Er ist ganz da. In vielen Situationen brauchst du Behutsamkeit. Zum Beispiel in deiner Klasse, mit deinen Freunden, in deiner Familie oder du mit dir selbst. Ein behutsames Wort, eine behutsame Berührung, ein behutsamer Blick. Behutsamkeit heilt Wunden und schafft Harmonie. Genieße die Kraft der Behutsamkeit. Halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ende перек 했던 SäÄuz 事